So, jetzt kommt Männer-Schwer-Gewicht in Körnungsrunde 3. Die Startnummer 12 tauscht mit der Startnummer 23. Und jetzt noch mal Christian. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung nach rechts. Doppelbizeps von vorne. Schau her, Kämpfer Christian. Los, Asti, mit Einladen! Jawohl! Männer-Schwer-Gewicht. Superlehr. Schau, Mensch! Jawohl! Lattesimus von vorne. Außen weg! Und bitte eine seitliche Brostmuskel-Pose. Beste Seite. Ja, geil! Komm her! Schön! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Abbie! Abbie! Doppelbizeps von hinten. Ja, sehr gut! Weiter geht's! Abbie! Abbie! Applaus! Applaus! Lattesimus von hinten. Abbie! 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 Ja, sehr gut! Abbie! Abbie! Und bitte noch mal eine seitliche Triceps-Pose. Beste Seite. Bauch und Beine. Sag die Beine! Komm, Leon, los raus. Und bitte eure beste Most Mascula-Post. Komm, Leon, schickt ihr an die Heile. Komm, komm! Komm! Komm, die Jungs! Die Jungs haben Spaß. Die Jungs haben Spaß. Ja, klar! Ja, klar! Vielen Dank, Manuel. Vielen Dank, Manuel.